Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Transport Fever. So, wir transportieren uns gerade zum Ausgangsbahnhof dieser neuen Strecke. Das wird eine ganz schöne Güterzugstrecke hier, habe ich das Gefühl. Also auf jeden Fall eine sehr vorne Strecke mittlerweile. Ich hätte auch eine andere Lok nehmen können. Die große Lok und die brauchen auch einen. Und ab und zu fährt er mal noch einen Personenzug mit durch hier. 300 Personen? Moment. Warum? Die Strecken laufen. Der steht falsch und hält den ganzen Verkehr auf. Wolltest du mit einem Fleckenplag Sägen mühlen? Hier steht der Uhrenzug falsch. Und wir sind hier viel zu wenig Gnade dazwischen. Okay, wir haben uns aber gerade Zug zur Verfügung gelegt. Und zwar den hier. Eieieiei. Kein Wunder, dass wir kein Geld verdienen. Die ganze Person nicht eingesammelt waren. Was ist denn jetzt los? Spaß halten? Oh, die Stadt hat sich mittlerweile auf der Seite vergrößert. Wir sehen das im Jahr 1889 und die Städte vergrößert sich exponentiell schnell. Wir müssen aber bald schon anfangen, mal zu gucken, welche Nahverkehrsaufgaben du hast. Gut, dass wir hier die Strecke gebaut haben. Wir wollen mal anfangen, wie wir einen Nahverkehrsaufgaben umgestalten können mit Straßenbinden und allem. Dampft aber hier noch ganz schön. Und der nächste kommt auch gleich. Mensch, hier ist echt was los, ne? Also wirklich gemischter Verkehr. Schön abgezweigt hier. Ach, das war doch nicht der erste. Es ist der zweite Zug schon. Hm, na gut. Ich dachte, das war der zweite Zug. Äh, der erste. So, ich denke mal, jetzt werden die Strecken auch besser laufen hier. Viel besser. Wenn wir schon mal ein bisschen Stahl mitnehmen, ne? Ich finde das einfach faszinierend mit den Reihen von hier, ne? Und da hinten sieht man noch Dampf hochsteigen. So, jetzt schön abbiegen. Das ist auch wunderschön. Wie das funktioniert, ne? Ich kann schon mal den ganzen Tag angucken. Oh, jetzt gibt's noch keins. Oh, das wird beim nächsten Mal mehr. Und dann geht's noch. Ich kann ja nur Stau jetzt ja. Hab ich so das Gefühl, einfach zu viele Züge die hier gerade kommen. Kommt schon noch ein nächster angedoubelt. Wie viele Züge fahren es aktuell hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Züge, die sich dieses Gleis hier teilen. Und von drei unterschiedlichen Linien. Davon halten die Personenzüge auch immer dran, ne? Ich hab das auch nicht so schön im urbanen Urgang stehen zu bleiben. War nur gut passiert, ne? Und der nächste schon. Ich finde, ich könnte ja wirklich gerade normal zukommen, die ganze Zeit. Und nebenbei ein bisschen Schulden zurückzahlen. Wunderschön. Ich mag aber diese Ego-Perspektiven so sehr. Da zieht man Dampfloch nicht dampfen. Schon wieder warten. Nachher Verordnungen, unterschiedliche Dampflochs. Unterschiedlichsten Generationen sind hier unterwegs. Schwarze, grüne. Alle möglichen Farben. Ich habe mir Fans in der Welt verstehen. Ich mache die Partizoen. Ich mache den Standard. Ich mache das taum mit ein bisschen nach baja. wo die zahl ist 286 na gut es wird es laufen aber ich denke auf dieser linie haben wir einfach viel zu wenig kurze züge ich brauche hier noch einen zug drauf aber einen mit nicht nur sechs fahrer eins zwei drei vier fünf sechs sieben sechs sechs sieben ab wie lang ist die bahnhöfe 160 meter eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht 19 40 mitnehmen da habe ich jetzt nimmt halt immer noch ein bisschen mehr mit sonst ohne so schlecht ich habe einen dichten tag dadurch dass ich drei züge habe und kann auch viel transportieren manchmal durch dass ich ihn hier mitfahren habe mal kurz begleiten wie das wird das was man machen tun wir die strecke noch mal schnell abfahren ich weiß das aber schon dreimal gemacht ob es egal es läuft ganz gut eigentlich nicht ich glaube es wurde gerade gespeichert stehen die leute an du siehst die bahne fahren mehr leute durch als mit von von mehr züge durch als leute mit wo man soll zwängen sich an zu starten hier geht sie muss man immer so oft anhalten das ist der zu kurz vor voll der wird nicht voll Oh, lustigermaßen hat er Baumaterial mitgeladen. Wo kommt das her und wo geht das hin? WTF? Jetzt bin ich schon mal gespannt. Wo sich das auslädt. Wenn er es schon mitnimmt, muss er es irgendwo rausladen. Ich würde jetzt aber eh den Wagen besetzen, ne? Ach toll. Das nimmt er bis zum Ende mit. Irgendwie habe ich das Gefühl, man merkt, dass er mehr zu tragen hat. Das schleppen hat jetzt so. Ich finde das voll cool bei diesen Zügen, dass man wirklich sieht, dass die auch was mitfahren lassen. Dass da was drinne ist. Nicht irgendwie anders halt, ne? Ich denke mal, das läuft. Können wir auch so Schulden zurückzahlen. Ein bisschen langsam machen. Mal schauen, wie die Linien so generell laufen. Weil wir haben sehr wenig was Minusfahrt, ne? Das Schiff. Und ein, zwei Stadtlinien. Ich weiß nicht, ob das jetzt an dem frühen Einstiegsalter an einem einfachen Spielmodus ist oder sonst noch was liegt. Weiß ich jetzt nicht. Jetzt muss das hier wirklich verdammt viele Leute werden. Wenn ich eigentlich diese Querverbindungsstrecke machen könnte, ich weiß. Aber ich habe, ich will vielleicht auch... Na, hier haben wir uns aber schön eingebaut, ne? Ich glaube, da hinten wird es nicht weitergehen. Im Alldorf stehen hier viele Abtaschstrecke. Oh, was gibt es Neues? Neuer Rungenwagen. Hm. Was ist das hier? Eine neue Dampflokke oder was? Die sehr futuristische Pionater... Aerodynamische Lokotiven. Und neue Rungenwagen. Ja. Jetzt sage ich jetzt mal nichts dazu, ne? Kennen wir ja. Vergrößerung geplant. Achso, ich wollte ja gucken, ob ich das Brot hier runterliefen kann. Mit dem Zug. Beziehungsweise geht generell unserer Brotbelieferung aus. 80%. Ich weiß nicht, wie man da noch mehr schaffen sollte. Generell. Hm. Ich wollte eigentlich vorhinten anfangen, jede Stadt zumindest mit einem Einkaufswöglichkeit in einem Ding so auszustatten. Hinten natürlich Steine, aber ich will die Steine nicht schon wieder aus Baumaterial. Waren. Treibstoff. Können wir euch mit Treibstoff versorgen? Das wäre mal was. Oben wäre eine Treibstoffding. Du musst das Öl wieder irgendwie vom Stoff brauchen, weil sonst würde es auch nichts. Hm. Treibstoff und Öl. Hier warten ganz viel Steine, ne? Oh, ich habe auch ein neues Pferdefuhrwerk bekommen. Nee, ja. Eins, zwei, drei, vier. Ich kann gleich noch den Fahrzeugersatz auswählen. So. Können wir nicht mal drehen hier. Können wir schnell noch drehen. Nein, so langsam. Nee, warte mal, wie kommt die Schlacke hier halt? Achso, nee, klar. Schlacke muss da durch hin. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Eigentlich müssen wir jetzt wenig ihn draus machen. Okay. Pass mal, wir machen mal eine neue Linie. Und hier nach hier. Die heißt. Stein. Und Schlacke. Und eine neue Linie. Nee, wir machen das weg. Zahlt mal an. Das Rest machen wir morgen. Bis denn. Tschüss.